Wenn Deutschland Geld für Menschen aus schwerem Umfeld gibt, ist doch klar, dass alle herkommen, weil hier gibt es viel Hilfsbereitschaft, Chats in Frieden, alle zusammen. Erstmal Tim, danke für diesen Kommentar. Guck mal, das möchte ich auch nochmal hier betonen. Wir können schon sehr differenzieren. Wir wissen in Deutschland, und das ist auch das, was ich sagen will, gibt es sehr viele vernünftige Menschen, hilfsbereite Menschen. Das ist ganz klar, das geht auch nicht zur Debatte. Und deswegen sage ich auch immer, man muss differenzieren in jedem Volk das Gute und Schlechte Menschen. Ganz klarer Fall. Was diese Leute aber tun ist, sie tun so, als wenn alle Muslime Barbaren wären und bringen Leute mit dem Islam in Verbindung, die nichts mit dem Islam zu tun haben, außer ihren Namen. Deswegen betone ich immer. Hat der Mafiosi seine Gewalttaten oder seine kriminellen Taten verübt, weil er Christ ist? Der Kartellführer aus Nicaragua, der vielleicht hunderte Menschenleben auf dem Gewissen hat, ist der so wie in dem Christentum? Nein. Also warum versuchen diese AfD-Anhänger und diese PE-News-Anhänger, jedes Mal, wenn ein Muslim an eine Mülltonne pinkelt, dieses Bild dem Islam oder diese Tat dem Islam in die Schuhe zu schieben und so zu tun, ja, es ist ja klar, unsere Bereicherer wieder, unsere Goldstücke schon wieder, aber man kann gar nicht mehr klar leben, Messerstecher, bla bla bla, immer dieses Gelaber. Das ist das, worum es geht. Und deswegen aber nochmal danke an dich, dass du uns daran erinnert hast, weil wenn wir andauernd hier von solchen paranoiden Menschen attackiert werden, vergessen wir das manchmal, wie viele gute Menschen es hier an diesem Land gibt. Deswegen danke an dich Tim, für diese Erinnerung. Vielen Dank.